Und wir sind zurück in Let's Play Batman Arkham Asylum, Folge Nummer 7 in einer neuen Aufnahmesession. Wir haben gerade den Kampf gegen Bane gewonnen, mehr oder weniger. Wir haben ihn im Grunde mit unserem Batmobile ins Meer befördert und uns so aus seinen Klauen befreit, wenn man das so sagen darf. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter. Ich spreche immer noch die Kampfmusik aus irgendeinem Grund. Das ist gerade sehr verwirrend. Hier ist doch gar nichts. Also warum kommt da noch eine Kampfmusik? Das verstehe ich gar nicht. Gut, was ist unsere Aufgabe? Momentan müssen wir analysieren Dr. Yangs Forschung in der Betthöhle. Also wir müssen uns einen Weg zur Betthöhle in Arkham Nord bahnen. Ich würde sagen, wir gehen da zu... Ich habe keine Ahnung, wo wir dazu hingehen. Gehen wir hier durch? Oder gehen wir da durch? Ich würde sagen, wir müssen... Wir müssen durchs westliche Tor. Und da unten ist noch eine Wirtlertrophäe. Ich will immer rutschen, aber das können wir gar nicht. Sogar ein Blinder wäre darauf gestoßen. Ach ja, wieso versteckst du dich da nicht besser? Ist das alles, was du kannst? Bats! Hatte ich mich gerade Bats gewinnt? Ist das auch nur der Joker? Oder Harley? Ich schlag dich drüben! Also ich weiß ja nicht, ob man es sieht. Aber das Kampfsystem in Arkham Asylum ist um einiges arcaniger und schneller als in... Hey, diese Musik... Nee, ich kann follow. Nein, nicht so. Was das Besondere an Deadman's Point ist, es ist seit über 100 Jahren ein bevorzugter offener Selbstmorder auf Arkham Island. Ja, ich weiß. Ich habe mal einen unglücklichen Insassen davor bewahrt, auf die Felsen unter ihm zu sprengen. Ich habe einen Höheneingang gefunden und über die Jahre einen Haufen Vorräte... Es ist ein Zuhause fern von Zuhause. Sehen wir der Wahrheit ins Auge? Irgendwas mit Identität immer noch. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Special Combo Boost. Nach dem Reichen einer fünffachen statt einer achtfachen Combo. Das finde ich gut. Machen wir keine achtfachen Combo mehr, um die Kombos, äh... die Combo-Angriffe zu machen, sondern nur noch fünf. Und wir sind hier tatsächlich richtig. Glaube ich. Ja, wir sind hier richtig. So. Wir haben immer noch keinen kryptografischen Sequenzer. Das heißt, wir können hier immer noch nicht reingehen. Und da sind immer noch ein paar Leute. Ich will die ganze Zeit rutschen. Aber ich kann nicht rutschen. Gegen den Arkham Origins noch. So, wo war ich? Vor dem Kampf? Äh, nach dem Kampf? Vor der Unterbrechung? Ja, ja, genau. Der Kampf in Arkham Origins, ich weiß nicht, ob man es sieht, ist deutlich arcadiger und schneller. Also, die Schläge von Batman werden schneller. Ich weiß nicht, ob du es siehst, oder ob du verstehst, was ich meine, aber hier in... in, äh... Ich würde mal sagen, wir müssen da hinten hin, oder? Ja. In Arkham Origins hätte das jetzt irgendwie 10 Sekunden gedauert, nur wegen dem Move am Ende. Nein, der hätte irgendwie ewig gedauert. Ja. Wir finden in Arkham noch den Hülleneingang zum Deadman's Point. Wir haben ihn gefunden. Aber ich will da oben hingehen. Vielleicht finden wir hier noch was. Irgendwelche identitätischen Wände. Identischen... Identitätischen... Identischen Wände. Aber ich glaube nicht, ne? Ich glaube... Vor allem aber, wo ist denn das Frage... Ach nee, das Fragezeichen haben wir hier schon gefunden. Ich weiß echt nicht, wo die sein soll. Das Rätsel hier. Muss der Hülleneingang unten, oder müssen wir oben hin? Das ist der Hülleneingang, oder? Ich würde sagen, das ist er. Ah, noch ein Arkham-Ding. Als Gothams Venen sich mit Schmerz und Leiden füllten, konnte man die Auswirkungen überall spüren. Mein Vater starb zuerst, von einer widerlichen Krankheit befallen. Meine Mutter lebte weiter, aber nur in einem Wachtraum. Ich kehrte in unser Haus zurück, wo ich mich um meine pflegebedürftige Mutter kümmerte, solange ihr Körper noch atmete. Wegen ihrer Tränen konnte ich nachts nicht schlafen. Hat also unter Schlaf hinzugelitten, der gute Mann. Der Armadeus Arkham. Sehr interessante Geschichte. Mal kurz sehen, wohin die uns noch führt. Bisher will ich mir noch keine Meinung darüber bilden. Wann könnte mir jetzt noch einer sagen, wie ich da durchkomme? Strukturell schwache Wacht. Achso, jetzt weiß ich es nicht. Ich brauche dafür ein spezielles Werkzeug, das wir noch nicht haben. Ich renne mal wieder. Ich finde, das sieht schon cool aus, ne? Also das Level-Design. Das Spiel ist nicht mehr das Neueste. Technisch gesehen auch nicht. Es zeigt definitiv sein Alter. Aber auch nicht so sehr dafür, dass es 2009 rausgekommen ist. Fünf Jahre alt. Sieht immer noch gut aus. Vor allem sieht's... Oh, das hast du gefunden. Tut mir leid, eine Herausforderung war das nicht. Mir lief nur die Zeit weg. Vor allem sieht's lustigerweise besser aus als Arkham Origins. Identität bestätigt. Gegenmaßnahmen verhindern. Sicherheitssystem deaktiviert. Das Spiel hat so eine leicht alte, also irgendwie so eine mystische, alte und irgendwie verfluchte Atmosphäre. Besonders im Asylum selber, also in der Anstalt selber. Mit der gotischen Architektur. Also gotisch angehauchten Architektur. So was will ich auch haben. Ich will nach Hause kommen, los sagen und schon gehen alle Lichter an oder alle Computer gehen an oder sowas. Das will ich auch haben. Fände ich super, wenn ich sowas hätte. Dr. Young betreute ein Projekt. Ein großes Projekt, das finanziell gefördert wurde. Hier sind Ihre letzten Aufzeichnungen. Ich werde nicht schlau draus. Was bedeuten Sie? Sieht aus, als hätte sie mit den Arkham-Patienten Experimente durchgeführt. Diese neue Chemikalie ähnelt der Original-Venom-Verbindung nur entfernt. Es gibt Veränderungen, die die Wirkung der Droge verstärken. Diverse Hinweise auf eine Titanformel. Schon eine kleine Menge könnte eine Venom-ähnliche Verwandlung im Wirt auslösen, die den Bedarf nach den Vorratsbehältern, die Bane braucht, überflüssig macht. Warte, die Aufzeichnungen sind nicht vollständig. Die Formel fehlt. Das muss das Geheimnis sein, das Dr. Young versteckt. Wenn Joker sie in die Finger kriegt, wird er eine Armee von tausenden Banes erschaffen. Mein Gott, ist Joker verrückt genug, das zu tun? Was sag ich da? Du musst ihn aufhalten. Ich folge hier. Sie ist mit Cash in Richtung Villa gegangen. Ich gehe durch die Katakomben nach oben. Kehre ich durch das Kanalisationssystem an, in die Oberfläche zurück. Das Titanformel-Ding, also die Titanformel, die erinnert mich irgendwie an die TN01-Formel aus Arkham Origins, an der Bane experimentiert hat. Da wollte er ja auch eine Venom-artige Droge erschaffen, dank der man nicht mehr auf Venom angewiesen ist. Die hat er ja am Ende auch selbst benutzt, hat ihn allerdings in den Wahnsinn getrieben, mehr oder weniger. Jetzt können wir in den Kisten ziehen. Ist das nicht schön? Ein unfertiger Badwing, würde ich sagen. Badclaw auswählen. Mit Badclaw zielen. Ich nehme mal den unteren und ziehe ihn weg. Und der auch, komm, weg. Haben wir hier auch ein Badboat? Wer weiß, vielleicht ist das ja sogar ein Badboat. Keine Ahnung. Und wir haben unser Badclaw und wir müssen Dr. Young aufhalten, beziehungsweise abfangen, bevor sie zu ihren Forschungsergebnissen kommt. Oder sie vor ihr erreichen, also die Forschungsergebnisse vor Dr. Young erreichen. Vor allem bevor Joker die findet. T-N-01. Hat es etwas länger gedauert, ihn zu finden, als du gedacht hattest. Oh, das tut mir leid. Ich versuche das nächste Mal besser aufzupassen, wenn ich eine Insel in meine Gewalt bringe. Hey, so meinte ich. Kritik kann ich abnehmen, ich meine. Ich bin nicht perfekt. Na ja, wenn man darüber nachdenkt, bin ich ziemlich nah dran, perfekt zu sein. Wo war ich noch mal? Ach ja. Kritik von einem Bumm wie dir. Einem Bumm, der nur frei herumkrabbe, weil ich seine Zelle geöffnet habe. Werde ich auf keinen Fall tolerieren. Tut mir leid, Babs. Ich meinte es nicht so. Bitte. Na ja, weil ich sehe, wie sehr es dir leid tut, dass ich jemanden bei dir vorbeifahren, der deiner Frau nur beide Beine bricht. Aber Joker! Hast du ein Problem mit meiner großzügigen Art? Äh, nein. Ich glaube nicht. Äh, danke. Vergessen wir es. Betrachten wir die Angelegenheit als erledigt. Habt ihr schon nicht erzählt, wo ein Mann nach Hause kommt und deine Frau querschnittgelähmt ist? Wieso arbeiten die für den? Könnt ihr ja fast schon Mitleid mit denen haben, aber das haben sie sich selbst so zu schreiben, nicht wahr? Ich werde nicht lehren, mich so abzuservieren. Du heilender kleiner Wölm! Ja, der hat irgendwie einen Vogel. Irgendwie ist gut, ne? Aber ernsthaft, wieso arbeiten die über den? Wieso sind wir die, die versuchen, sie zu öffnen? Das ist nicht mal der Haupteingang. Selbst wenn wir sie öffnen können, wissen wir nicht, was dann passiert. Ich geh nicht mal in die Nähe. Wenn du die Tür nur berührst, kriegt es dich. Ja, du erinnerst dich an Mickey, oder? Der war ein Idiot. Der hat es verdient, gefressen zu werden. Wir sagten Joker einfach, wir konnten ihn nicht finden. Das ist sicherer. Keiner wird es erfahren. Ja, ja, das wird klappen. Niemand wird es erfahren. Alles wird okay sein. Hier warten wir es ab und hoffen, dass die Tür hält. Okay, aber Joker wird es nie erfahren, oder? Er ist schlimmer als Kroc. Brauchst du Hilfe? Ich kann den Boss rufen. Halt's Maul! Irgendwas wollen sie machen? Keine Ahnung was. Aua. Ist das alles, was du kannst? Weg! Befitt. Aua. Oh, der tolle Umwerf-Move von Batman ist noch nicht verfügbar, oder nicht im Spiel enthalten, wo man die mit der Batclaw anziehen kann, und dann immer umwerfen. Naja, da oben ist noch eine Ritter zu verfehlen. Kann ich die auch mit dem Batclaw anziehen? Nee, nee. Was mein' die denn? Mit welcher Tür soll ich denn halten? Hier ist doch gar keine Tür. Hier ist ein Aufzugsschacht. Seht ihr halt doof? Hier ist ein Turmband, wat? Das können wir uns gleich... Erstmal gehen wir hier hoch und holen uns die... ...die Hilter-Trophäe. Ja, klasse. Da ist nichts drin. Nee, jetzt holen wir uns das Turmband. Turmband. Bist du schon da? Wer? Soll das ein Scherz sein? Das Ding ist kein Mensch. Mein Gott! Hallo. Mein Name ist Dr. Gretchen Biskler. Können Sie mich hören? Ja, ich hör dich, du Schlampe. Man gibt's Abendessen. Ich krieg langsam Hunger. Das war aber nicht nett. So war dann halt mal keine Frau. Warum liegt hier ein... Ah, sorry. Ich frag lieber gar nicht, warum der hier liegt. Wohin geführt diese Tür? Moment mal. Spieloption. Ich mach mal ein bisschen heller. Was ist denn da? Ich werde dich finden und dein Fleisch wie Papier zerreichen. Ah, ja. Sicherlich wüsste das. Ist klar. Die ist verschlossen. Das ist auch gut so, dass die verschlossen ist. Ich hab mich noch mehr mit Dr. Young beschäftigt. Ihren Bankauszügen zufolge gab es verschiedene Zahlungen. Von April bis vor zwei Monaten. Dann nichts mehr. Die Zahlungen kamen von einer Firma, die einem Mr. Jack White gehört. Einer von Jokers ältesten Alias namen. Also bezahlt Joker Dr. Young dafür, ihm eine Armee zu schaffen und plötzlich hört er auf damit. Das ergibt keinen Sinn. Müsste die als Ärztin hier in Arkham nicht wissen, dass der Joker gerne den Namen... Gut gemacht. Du hast den niedrigsten Draht erreicht. Halt doch mal die Klappe. Dass der Joker gerne den Namen Jack White nutzt. Müsste die das nicht wissen? Müsste das nicht in seiner Krankenakte stehen? Oder so? Nennt sich gerne Jack White. Ein Rätsel hat viele Seiten, aber nur einige davon sind sichtbar. Das ist wieder ein unsichtbares... ...Fragezeichen. Hm. Ich glaube, wir dürfen klettern. Oh, sieht schon cool aus. Also da oben müssen wir hin, ist klar. Sieht schon cool aus, aber ich glaube, wir dürfen klettern, weil... Hey, das ist komisch. Die Zahlungen auf Dr. Youngs Konto haben nicht direkt aufgehört. Sie wurden abgelehnt. Dr. Young hat der Konto sperren lassen. Sieht aus, als ob sie sich's anders überlegt hat. Sie hat versucht, die Zahlungen zu blockieren. Joker mag nicht, wenn seine Partner versuchen, auszusteigen. Also hat er sich entschlossen, nach Arkham zurückzukehren, seine Formel zu finden und die Armee selbst zu erschaffen. Genau. Ich glaube, da hoch geht's nicht. Hier fällt alles auseinander. Es ist nicht sicher, den Enterhaken zu benutzen. Ich muss hochklettern. Ganz auf die altmodische Art. Ganz auf die altmodische Art, also... Ja, ja. Na gut. Das sollte nicht zu schwer sein. Ich habe Ihren E-Mail-Account geknackt. Zwei E-Mails sind auffällig. Die erste ist ein Kündigungsbrief von letzter Woche. Sieht aus, als ob sie versucht hat, wegzukommen. Und die zweite? Eine Nachricht von Joker. Naja, Jack White. Es ist ein langes Interview hier. Sie bittet darum, das Experiment zu stoppen, weil es gefährlich wäre. Er hört nicht drauf. Mal sehen. Abwechslende Drohungen an ihre Familie, ein paar schlechte Scherze, ein Bild eines toten Babys und eine Drohung. Kommt weiter. Er sagt, ich werde dich holen. Ich will das, wofür ich bezahlt habe. Und dann noch so ein Witz über Rollstühle. Reizend. Und so eine Zeichnung von so einem Esel. Dann ist klar, warum sie solche Angst hat. Ich komme an die Oberfläche. Ich finde sie. Ja, ist schon logisch, ne? Ohne Zofähe. Also da geht es nicht weiter, wenn er eine Trophäe ist. Sehr reizend mit dem Rollstuhl. Ja, ja. Ob Joker, das es eingeplant hat, dass Oracle die E-Mails lesen wird? Vermutlich. So, hier noch die Trophäe einsammeln. Ganz zurück. Ich hätte es nur einfacher machen können, wenn ich es auf die Motorhaube deines lächerlich prahlerischen Autos geschnallt hätte. Das Auto soll ankündigen, dass wir kommen. Es ist aus gutem Grund so prahlerisch. Aber ich muss zugeben, das Auto, also das Design des Autos in Batman, also eben Batman, abgesehen vom Tumblr in Dark Knight, hat mich schon immer etwas gestört. Das war schon immer wirklich etwas zu rotzig. Okay, wie kommen wir da jetzt rüber, ohne ohne Greifhaken? Ich weiß, wir müssen hier nicht hin, aber es ist der Schluss. Hier war noch ein Trophäe, hier sonst leider nichts. Geht's noch nicht weiter. Schade. Das war so nicht geplant. Das war so nicht geplant. für die Höhle selber. Wieso, wenn es hier alles einstürzt, bricht da nicht alles oben zusammen im irren Haus? In Arkham? Müsst ihr doch eigentlich, oder? wenn das hier auf diesem Stützen gebaut wurde? Also wenn. Ich glaube, da hoch kommen wir noch nicht, da müssen wir erst irgendwelche Gadgets freischalten, also irgendwelche Ausrüstung. Oder wir kommen weiter am Storyverlauf da hoch. Ich weiß es gerade nicht. Noch ein Tonband. Aufgezeichnet ist Patientengeschwäch Nummer 2. Name des Patienten, Waylon Jones, alias Killer Croc. Kommt jetzt der Teil, wo Sie versuchen, mich zum Nachdenken zu bringen? Wo Sie herausfinden, warum ich es getan habe? Doc! Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, Mr. Jones. Haben Sie denn eine Behandlung für mich, Doc? Können Sie mir helfen, wieder normal zu werden? Normal ist kein schönes Wort. Keiner ist wirklich normal. Oder? Hm, könnte sein. Wie wäre es damit, Doc? Sie lassen mich gehen und ich fresse Sie nicht. Sie fressen keine Menschen. Das ist nur ein Großstadtmärchen. Glauben Sie? Haha. Denken Sie das ruhig weiter, Doc. Waylon Jones. Killer Croc scheint ja ganz reizend auf Zeitgenosse zu sein. Waylon Jones sucht bei seiner alkoholkranken Tante auf und hatte aufgrund eines selten Gendefekts bereits als Kind eine schuppenartige Hautstruktur, die seinen Körper zunehmend entstellte. Nachdem sie einige Zeit, als Killer Croc bei einem wandernden Jahrmarkt aufgetreten war, gewann die Bestie in ihm endgültig die Oberhand und er schlug und er schlug eine kriminelle Laufbahn ein. Angesichts des fortschreitenden körperlichen und geistigen Verfalls hat Killer Croc inzwischen nicht mehr viel mit einem Menschen gemein. Killer Croc hat eine ausgewöhnlich robuste Haut sowie rasiermesserscharfe Zähne und Klauen. Erfahrene Ringe mit übermenschlicher Kraft und Ausdauer. Könnte wahrscheinlich sogar Bane umhauen. Geschärfte Sinne und extrem schnelle Reflexe kann ein Wasser längere Zeit überleben und erklärt ein Menschenfeind. Das hat sich in Arkham Origins aber noch anders angehört. Also da gab man die Fakten in Will nicht anders, aber gut, andere Entwickler. Man merkt's. Das ist schon heftig, wie sehr man den Unterschied zwischen den Origins und City-Spielen und also den Unterschied zwischen Rock-Sceni und Warner Bros. bei der Entwicklung von Spielen, vor allem bei der Story, wo man das Spiel merkt. Besonders wenn man es selber spielt, dann merkt man es. Hm. Da geht's runter. Ich glaube, ich weiß, wo wir rauskommen. Ja. Genau hier habe ich gedacht, aber Arkham Norden. Ding Dong! Ding Dong! Scharf schützen. Sieht aus, als ob diese Verbrecher aus Blackgate Zugang zur Waffenkammer haben. Sollten wir denn die Waffenkammer besuchen und ich habe keine Ahnung, wo die sind, äh, wo die ist, die Waffenkammer. Aber vielleicht sollten wir sie besuchen, also die Waffenkammer und verschließen. Wäre doch eigentlich keine schlechte Idee, oder? Gut, damit wird erledigt. Erledigen wir mal die da unten. Das ist die Federbaus! Jo, das bin ich. Das wird weh! Aua! In wie viele Teile soll ich dich schneiden? Äh, in gar keines, bitte. Lass uns das beheben! Wird auch so knapp. Jetzt hätte er auch besser laufen können und er hätte auch schlechter laufen können. Wir hätten sterben können. Hm, identisch. Moment mal. Kein Objekt geortet. Kein Objekt geortet. Ich weiß echt nicht, was der mit identisch meint. Also, was der hier mit dem Rätsel meint. Keine Ahnung. Siehen Sie, wie der Wahrheit ins Auge an der Wand sind... An der Wand sind zwei identische Stellen. An der Wand sind zwei identische Stellen. Ich habe keine Ahnung, was der damit meint. Wahrscheinlich irgendwie hier unten oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Weiß ich nicht, was der damit meint. Vielleicht will ich es noch irgendwie raus. Wenn sie in den Kommentaren stehen wird, werde ich es wahrscheinlich nicht lesen, weil ich vermutlich das Spiel vorher durchgespielt habe. Ich... Mal ein bisschen Insider... Ich spiele das Spiel, während Arkham Origins noch gar nicht durchgespielt ist. Äh, wo... Wo wollen wir denn? Also, wo durchgespielt ist schon. Hochgeladen ist auch. Da sind die Folgen noch nicht draußen. Nein, nicht du. Also, es geht doch. Wir sind immer noch fast am Boden und wir müssen unbedingt einen Kampf überstehen, ohne getroffen zu werden. Ich glaube, die sind tot. Ja. Aber wir müssen sie ja nicht hängen lassen. Was ist hier oben? Ist hier oben irgendwas? Nee. Hier oben ist nichts. Das ist interessant. Und das ist, äh... erfreulich. Aber vielleicht ist ja hier hinten was dann. Nee, auch nicht. Na gut. Ich verliere die Männer so schnell, dass ich gar nicht mit dem Ziel nachkomme. nicht mehr. Ich werde die Fläge ausziehen. Ja, ich habe zwei Männer aufgemacht. Die Bedeckung, die Bedeckung, die Bedeckung, für die Fläge ausziehen. Die Bedeckung, die Bedeckung nicht mehr. Auf Wurmband. So leicht geht das nicht. Da müssen sie schon mehr probieren. Was versteckst du? Haben sie mich nicht verstanden? Eine Hand wäscht die andere und... Naja, ich werde sie nicht in Plastik einwickeln und in der Gosse entsorgen. Die Karte vom Mittler gefunden, die muss hier auch irgendwo sein, nicht wahr? Arkham Ost. Was haben wir hier für Rätsel? Das Erbe dieser Insel wurde gründlich und endgültig begraben. Das Erbe dieser Insel wurde gründlich und endgültig begraben. Meine Herausforderung erscheinen denen, die die richtige Position im Leben einnehmen. Und Gothams großartigste Familie überragt diese Stadt. Das heißt, das eine ist ein verstecktes Fragezeichen hier irgendwo. Das andere ist Gothams größte Familie, die die Stadt überragt. Da haben wir sie. Schon wieder sowas Leichtes. Hallo Jungs, gehen wir jetzt mal. Und wir sind gelevelt. Combo-Bettering. Das ist so schön, das wollen wir nicht. Wir wollen... Bettering Kraft, Zwillingsbettering, Sterngestellterbettering, Multifrequenzzünder, Automatische Ernährungszünder. Neuerungszünder, nein, wir wollen... Erstmal, wer will doch schon relativ schnell drauf gehen, die Panzerung verbessern. Und das andere Rätsel war... Das Erbe dieser Insel wurde gut und gründlich begraben. Objekt zu klein. Doktor Amadeus Arkem. Warum ist denn der offen? Amadeus Arkham Amadeus Arkham ist der Gründer der Elizabeth Arkham Anstalt, einer psychiatrischen Anstalt für geisteskranke Präminelle. Die Anstalt ist nach Amadeus Arkams Mutter benannt, die er im Zoo einer psychiatrischen Behandlung tötete, um sie zu heilen. Amadeus erritierte die Anstalt auf dem Gelände des alten Familiensitzes am Stadtrand von Gotham und behandelte den ersten Patienten selbst, Martin Mad Dog Hawkins, den Mörder seiner Frau und Tochter. Nachdem er Arkham seiner tödlichen Elektroschock-Behandlung unterzogen hatte, verlor Amadeus vollends den Verstand und wurde in seine eigene Anstalt eingewiesen. Amadeus Arkham ist der bürgerliche Name, Beruf Psychiater, aus Gotham City mit blauen Augen, braunen Haaren, 1,80 groß, 79 Kilo schwer und erstes Auftreten war in Batman Nummer 258 im Oktober 1974, bis zum Ausbruch seiner Geisteskrankheit ein angesehener Psychiater. Erwe des Arkham-Besitzes und des Arkham-Vermögens und wahnhafte Schizophrenie. Hat seine eigene Mutter getötet? Der Typ war ja nicht ganz dicht. Wieso ist das offen hier? Also wieso gräbt jemand seinen Grab auf? Also gräbt es jemand um? Das mache ich nicht, verstehe ich nicht. Okay, wo ist jetzt das Fragezeichen? Dann ist die Frage. Wahrscheinlich auf dem Dach der alten Villa. Und da oben sind auch Scharfschüsse. Hier ist noch ein verstecktes Ding. Ich bin besonders stolz auf dein Geistrohr. Und ich hoffe, es hilft euch allen dabei, produktiver zu werden, was die Gestaltung der Übernahme angeht. Das ist aber schön, dass es so schnell still geht. Und die Leute hängen die Leute am Füßen auf. Das können wir auch. Okay. Bevor wir jetzt weitergehen, würde ich mich noch ganz gerne umsehen und das Fragezeichen suchen. Das hier mit Sicherheit irgendwo ist. Anstaltsleiter Joker würde gerne mitteilen, dass ab heute alle Aufseher in Arkem wegen finanzieller Einsparungen gefeuert sind. Also war nicht nett. Kannst du dich einfach alle feuern. Hm? Hm? Hm. Hm. Okay, da geht's offensichtlich nicht an. Joker hier. Jetzt, wo ich die Kontrolle hatte, würde ich gerne eure Meinungen zu diesem Ort hier hören. Ich bin besonders stolz auf das Dekor. Und ich hoffe, es hilft euch allen dabei, die uns über die hier zu machen. Dann geht ihr Wasser ab. Hm. Da muss doch irgendwo das Fragezeichen sein. Oh Gott, das ist kein Fragezeichen. Also es ist auch ein Fragezeichen, aber nicht das, was wir suchen. Du verdienst mein Respekt, Detektiv, dunkler Ritter. Wenn du so weitermachst, darfst du mir helfen, meine Socken zu finden. Du verlierst deine Socken? Was bist du denn für ein Genie? Ich findet ja auch ganz gerne mal Sachen, aber noch nie habe ich nur eine Socke verloren. Noch nie. Das ist kein Witz. Ich habe noch nie eine Socke verloren. Man sagt ja immer, du verlierst deine Socken in der Waschmaschine oder sonst so. Nö, noch nie. Hier muss doch irgendwo das scheiß Fragezeichen vor dem komischen Enigma sein. Hallo Jungs, ich bin's mal wieder. Ich bedenke mich an euch gut, um all unsere Geiseln zu kümmern. Tot bringen sie uns nichts. Kann das sein, dass der Joker sich ziemlich oft wiederholt. Und jetzt sind wir einmal im Kreis gelaufen. Ich glaube, wir finden das Fragezeichen nicht. Dann können wir auch gleich weitergehen. Und ich könnte wetten, dass wir unten nicht reingehen können. Ach komm, den finden wir los. Die Arme ist er auch. Ich muss ja nicht so rumhängen, nur weil er tot ist. Sieh mal, wer das ist. Ja, der große, böse Batman. Los, komm und hol uns. Sieh ihn dir an, wie er da steht. Musst du keine Katze von einem Baum retten oder sowas? Stimmt, und jetzt hau ab. Wir kontrollieren hier alles. Joker wird dich tappig machen. Hm. Da können wir nicht durch. Na gut. Ich komm wieder. Ich komm wieder. Und da geht's so nicht rein. So. Es muss einen anderen Weg einbilden. Ihr habt doch schon einen anderen Weg gefunden. Was soll das Gequatsche? Hier ist auch kein Feuerzeichen. Oh, jetzt kommt der Kerl schon wieder und wiederholt sich. Finde einen Weg in die Arkenwilder. Ja, der stinkende Feigling ist mit dem Umhang zwischen den Beinen weggeschlurft. Wenn er versucht hätte durchzukommen, hätte ich ihn erledigt. Er hätte keine Chance gehabt. Ja, ich auch. Ich hätte ihm den Kopf abgerissen und Joker als Briefbeschwerer geschenkt. Immer an den Boss ranschlagen. Was soll das denn heißen? Du hast mich gehört. Um die Typen kümmern wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis morgen. Tschüss. 역fsäbel und Wir we 게 mit iny 字